Hallo, herzlich willkommen heute zur vierten Vorlesung Rhetoriktheorie Position aus Europa am Seminar für allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen. Heute geht es um diese beiden Wände. Dicke Bände, 800 Seiten von Heim Perlmann und Lucy Olbrechts-Hüttecker. Zwei Abbildungen. Es gibt tatsächlich viel mehr Bilder von Perlmann als von Lucy Olbrechts-Hüttecker. Denn Perlmann war der große Professor in Brüssel. Lucy Olbrechts-Hüttecker hat auch publiziert, aber hatte eben nie eine Professur. Aber nach ihr ist ein Preis benannt, der heute noch vergeben wird in Brüssel. Und aus dem Kontext dieses Preises stammt dieses Bild, was Sie hier sehen. Das ist das einzige Bild von ihr, was ich gefunden habe. Jetzt sind wir im Jahr 1958. Links sehen Sie das Buch, auch im französischen Original, in zwei Bänden. La nouvelle Rhetorique. Und im selben Jahr erscheint aber ein zweites Buch. Also auch 1958, was den Gang der modernen Argumentationstheorie auch in der Rhetorik extrem beeinflusst hat. Nämlich von Stephen Toulmin, The Uses of Argument. Und viele von Ihnen kennen ja dieses T-Schema, das man bis heute oft benutzt, um Argumentationen dann analysieren zu können. Das ist also irgendwie interessant. Beide diese Bücher erscheinen im selben Jahr 1958. Das heißt, die entscheidende Weichenstellung in der modernen Argumentationstheorie wird im Jahr 1958 gemacht. Und da kann man sagen, Stephen Toulmin wird sehr schnell in den USA rezipiert, über verschiedene Stationen. Das hat dann auch mit der New Rhetorik zu tun. Perelmann braucht ein bisschen länger in den USA, wird dann Ende der 60er Jahre übersetzt, bekommt dann nochmal so einen Schub. Das Buch wird aber erst, also dieses Buch, was ich Ihnen hier vorhin gezeigt habe, diese zwei dicken, voluminösen Bände, die werden erst 2004 ins Deutsche übersetzt. Josef Koppelschmidt war da mit die treibende Kraft und man muss ihm wirklich dankbar sein dafür, dass es diese Übersetzung heute gibt. Und die ist wirklich auch sehr gut und man kann mit der arbeiten. Wie immer ein paar Hinweise zur Biografie der beiden. Und es ist immer auch eine Frage, wie spricht man eigentlich die Namen aus? Ich habe schon Verschiedenes gehört. Perelmann ist das, was so international eigentlich üblich ist. Auch dann so leicht amerikanisiert als Perelman. Es gibt aber auch Leute, die eher aus dem Französischsprachigen Raum kommen, die sagen dann Perelman. Oder es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen Perelman. Aber mit Perelman macht man auf jeden Fall nichts falsch. Denn er ist 1912 in Warschau geboren, also sozusagen stammt aus Polen, dann 1984 gestorben in Brüssel. Und er ist eben relativ früh schon nach Antwerpen dann und dann nach Belgien, nach Brüssel emigriert. Das heißt, er ist ursprünglich Pole und dann eben nach Brüssel emigriert, wo er auch studierte und dann auch den Rest seines akademischen Lebens blieb. Also er machte an seiner Universität, an der er auch studiert hat, eine akademische Karriere. Hatte aber viele Gastprofessuren, auch in den USA. Perelman war tatsächlich einer, der schon in den 60er Jahren in den USA relativ bekannt war, rumgetourt ist, auch auf vielen Tagungen war und dort auch die neue Rhetorik sozusagen und das rhetorische Volk gebracht hat, wenn man so will. Interessant ist, dass er eine Doppelpromotion hat, also er hat zwei Doktorgrade, einen in Jura, 1934 und dann einen in Philosophie. Und zwar über Gottlob Frege, über den werden wir gleich noch sprechen müssen. Er war dann in der Widerstandsbewegung während des Zweiten Weltkrieges und war dann Professor für Logik, Moral und Metaphysik an der Freien Universität in Brüssel bis zu seiner Emeritierung 1978. Perlman war tatsächlich in Brüssel und in der belgischen Philosophie-Szene eine sehr bekannte Figur, war Vorsitzender vieler philosophischer Fachgesellschaften, hat in den 70er Jahren dann ein Zentrum für Jura und eben das Thema seiner Professur eigentlich Jura, Moral, Philosophie gegründet, was es heute noch gibt. Also jemand, der sehr zentral war. Das war kein Außenseiter in der Philosophie-Szene in Belgien. Anders ist es mit Lucy Olbrechts Tüteka, die älter ist als Perlmann, 1899 in Brüssel geboren, 1987 dort auch gestorben. Die hat dort in Brüssel verschiedene Fächer studiert, Geisteswissenschaften, das heißt eben auch Literatur vor allem und vor allem auch Soziologie. Die konnte auch mit Statistik umgehen, gibt es Zeugnisse dafür, weil ihr Mann Statistiker war. Die war auch mit Perlmanns Frau befreundet. Und da ist eben so, dass die 1948 in Brüssel in diesen Nachkriegsjahren aufeinandertreffen, dann verschiedene Dinge vor der neuen Rhetorik schon zusammen publizieren, schreiben und dann eben sich eine Zusammenarbeit erstreckt, die etwa zehn Jahre dauert bis zur Publikation von La Nouvelle Rhetorique. Danach gibt es keine Zusammenarbeit mehr. Es gibt aber auch kein Zerwürfnis, aber das war eben ein Zehnjahresprojekt, was dann abgeschlossen war. Lucy Olbrechts-Tüttecker hat nach meinen Recherchen, aber man findet da wirklich nicht besonders viel, nie eine wirklich feste Stelle an der Universität gehabt. Vielleicht zur Bibliografie, also was haben die beiden publiziert? Und da sieht man eben Perlmann sehr viel, auch vor der neuen Rhetorik schon, dieses Werk de la Justiz über die Gerechtigkeit, Logik und Argumentation, juristische Logik als Argumentationslehre. Also immer dieser Schwerpunkt zwischen Rechtswissenschaft, Philosophie, Argumentationstheorie. So hat er in Deutschland auch gewirkt, als ein sozusagen rechtswissenschaftlicher Argumentationstheoretiker. Und dann spät noch ein Buch, auf das ich gleich noch ganz, ganz kurz eingehe, das Reich der Rhetorik 1977 auf Französisch, 80 dann auf Deutsch in einer auch guten Übersetzung. Das ist nochmal sozusagen abschließend eine Zusammenfassung der neuen Rhetorik, eine Art Kurzfassung der neuen Rhetorik. Und das ist eben, was für Perlmann sozusagen ganz charakteristisch ist. Der landet mit Lucy Olbrechts Tüttecker 58 diesen Wurf, wenn man so will, der sehr schnell auch bekannt wird, viel diskutiert wird. Und dann reist er im Grunde den Rest seines Lebens rum und verbringt sozusagen sein Professorenleben damit, diese zwei Bände, dieses umfangreiche Werk zu erklären, zu diskutieren, auch zu verteidigen und zu propagieren. Und das ist dann im Grunde seine Mission. Und diese Werke, also gerade das Reich der Rhetorik, sind dann eben Variationen, Kurzfassungen der großen Rhetorik. Aber theoretisch tut sich da eigentlich vergleichsweise wenig. Mit Lucy Olbrechts Tüttecker schreibt er zwei Bücher zusammen. Eines schon vor der neuen Rhetorik 1952, Rhetorik e Philosophie. Und dann eben das große zweibändige La Nouvelle Rhetorik, 821 Seiten in der deutschen Übersetzung von 2004. Lucy Olbrechts Tüttecker, die auch sozusagen jemand gewesen sein muss, was man so lesen kann, die eher zurückgezogen gelebt hat, hat aber auch 1974 nochmal ein Buch geschrieben über das Komische und auch über das Lächerliche in Diskursen. Und da gibt es, das ist der Aufsatz, der hier angegeben ist, tatsächlich auch ganz enge Verbindungen zu La Nouvelle Rhetorik, weil es da auch ein Kapitel gibt über Komik und über Humor im Argumentieren. Eine Frage ist natürlich dann immer, wer hat eigentlich was geschrieben? Wie haben die zusammengearbeitet? Und da kann man sagen, Perelmann selber hat eigentlich immer gesagt, das ist unser gemeinsames Buch. Also er hat nicht gesagt, ich bin der Cheftheoretiker und Frau Olbrechts Tüttecker hat mir irgendwie zugearbeitet. Das hat er nicht gemacht. Aber es ist doch dann in den USA eine Diskussion aufgekommen, die fängt in den 1980er Jahren an. Ein bisschen im Kontext, ich werde das gleich noch erklären, auch der feministischen Rhetorik, wo es ja auch diese Frage gibt, welche Rolle haben eigentlich Frauen in der Rhetorikgeschichte? Gibt es weibliche Rednerinnen? Müssen wir nicht unseren Kanon an Musterrednern eigentlich daraufhin adaptieren, ändern, dass wir auch sozusagen Frauen, dass Frauen auch angemessen repräsentiert sind? Und im Kontext dieser Diskussion in der feministischen Rhetorik stellt sich nun diese Frage nochmal neu und auch verschärft. Und Gross und Dierin schreiben 2003 in einer Monographie über Perelmann, das ist eine sehr gute englischsprachige Monographie, nur über die neue Rhetorik, schreiben One last fault of Perelmann's must be mentioned for a man so deeply imbued with a sense of justice. Das war ja auch sozusagen seine Rechtsphilosophie. He may nevertheless have done an injustice to his long-term collaborator, Lucy Olbreitz-Tüttecker, by not specifying her role in the creation of the new rhetoric. Of course, she could have spoken up also. Hat sie nicht gemacht. The only clue Perelmann has left us is the placement of her name second on the original title page in reduced type. Also da ist die Idee auf dem Titelblatt, was ich Ihnen vorher ja gezeigt habe von der Originalausgabe, müsste man ja, wie man das im Akademischen üblicherweise so macht, müssten die Nachnamen alphabetisch angeordnet sein und dann wäre sie ja vor Perelmann, O-P. Das ist nicht gemacht worden. Perelmann ist bei der Autorenreihenfolge vorher und sie ist auch in etwas kleinerer Schrift. Das ist zunächst mal eine Beobachtung, die stimmt natürlich, aber da muss man auch noch mal überlegen, wie man das bewertet, denn für das Äußere eines Buches sind die Autoren oft nicht ganz selbst verantwortlich. Das machen oft die Verlage. Lucy Olbreitz-Tüttecker ist einfach auch ein längerer Name. Also wenn man den in eine Zeile bringt, muss man es vielleicht kleiner machen. Könnten auch solche sozusagen pragmatischen Zwänge eine Rolle gespielt haben. Und für den Verlag natürlich, das ist ja ein unangesehener Universitätsverlag, in dem das Buch erschienen ist, ist natürlich auch klar, Perelmann war der bekannte, damals auch schon bekannte, der hatte schon einiges publiziert, bekannte Professor. Das ist eben auch so eine Marketinggeschichte, die man sich auch vorstellen kann, dass man eben sagt, ja okay, der ist ja bekannt und dann taucht das Buch eben überall unter Perelmann erstmal auf und dann können wir mehr verkaufen. Das heißt, die Frage ist tatsächlich, das würde ich einfach mal zur Diskussion stellen, beantworten kann man es glaube ich nicht, auch zu sagen, dem Argument muss man vielleicht noch mal ein bisschen vorsichtig sein. Die zweite ist Barbara Warnick, das ist eben auch eine, die amerikanische Rhetorikforscherin, die auch eben in diesem Kontext feministische Kanonrevision viel gearbeitet hat. Die hat eben gesagt, von Perelmann oder hat die Schlussfolgerung gezogen, die ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man dieses Werk über das Komische noch mit dazu nimmt, dann sieht man so ein bisschen auch Verbindung. Perelmann hat eigentlich wohl vor allem das theoretische Gerüst geliefert, also sozusagen die Kategorien, den Rahmen, während Olbrechts Tütiker tatsächlich ganz viel für dieses Beispielmaterial verantwortlich ist. Denn das ist eine Eigenheit eigentlich dieses Buches, dass es sehr angefüllt ist, voll von literarischen Referenzen auf ganz unterschiedliche Werke der vor allem französischen Literatur. Und man kann eigentlich sagen, es ist vielleicht auch, diese Kollaboration macht eigentlich die Eigenheit dieser Novelle-Rhetorik aus. Es gibt viele Verweise auf Literatur. Es gibt eine ganz, ganz klare, schon im Vorwort eine ganz klare philosophische Ausrichtung, auch eine Wertung, dass sozusagen eine philosophische Rhetoriktheorie über einer empirisch, also psychologisch, soziologisch fundierten Rhetoriktheorie anzusiedeln ist. Das ist also auch ganz klar, das ist sozusagen die Perspektive des Philosophen. Das könnte man sagen, das ist vielleicht die Perspektive von Perelmann. Andererseits muss man aber auch sagen, in den Fußnoten, was die beiden alles kennen, also was sie gelesen haben aus den Sozialwissenschaften, aus der Psychologie der Zeit, auch viel Englischsprachiges, auch Dinge, die wir auch alle kennen, Harold D. Leswell, Karl Hofland, also die frühe Persuasionstheorie, die aus der Psychologie, die Propagandatheorie, Festinger, also Theorie der kognitiven Dissonanz, alle diese Theoretiker kennen sie, sie sind also absolut up-to-date. Und da kann man sagen, vielleicht kommt es jedenfalls plausibel, dass diese Dinge stärker von Ulbricht Stüttecker herkommen, weil die eben Soziologin von Ausbildung war. und da auch stärker sozusagen Interesse auch hatte an der Anbindung der Nouvelle-Rhetorik an diese sozusagen interdisziplinären Diskurse. Und eben die Literatur auch, sodass man sagen kann, es ist eine äußerst glückliche Zusammenarbeit dieser beiden, weil das Werk sozusagen so in seiner Fülle, in seinem Perspektivenreichtum nur möglich ist in der Kollaboration von zwei Menschen, die eigentlich sehr unterschiedlich sind, die von unterschiedlichen Disziplinen herkommen. Und wenn Sie das interessiert, diese Sachen, die finden Sie unten, das sind so die wesentlichen Literaturangaben zu dieser Frage der Zusammenarbeit. Wie ist die Nouvelle-Rhetorik aufgebaut? Und das ist auch die Frage, was machen wir heute ein? Ich gebe ein kleines Vorwort. Dann ist das, was wir heute im Wesentlichen machen, dieser Teil 1, die Rahmenbedingung der Argumentation. Das ist die eigentliche theoretische Grundlegung. Dann kommt Teil 2, der Ausgangspunkt der Argumentation. Da geht es um Vorbedingungen der Argumentation, Einverständnis bezüglich der Prämissen, also Werte und so was, Top-Boy, Auswahl von Prämissen, sprachliche Darstellung von Prämissen. Und dann geht es in Teil 3 um die eigentlichen argumentativen Verfahren, also um was, was man heute in der Forschung oft Argumentationsschemata nennt. Und da gibt es drei verschiedene Rubriken. Das ist das, was im Blau ist, die quasi-logischen Argumente. Das sind also Argumente, die so aussehen, als wären sie logisch, gehe ich gleich noch darauf ein. Dann Argumente, die auf der Struktur des wirklichen Gründen und Verbindungen zur Begründung einer Wirklichkeitsstruktur. Das sind die drei Hauptrubriken. Dann gibt es einen Abschnitt über Begriffszergliederung, Dissoziation und über Wechselwirkung von Argumenten. Und auf die drei blauen will ich noch mal kurz eingehen. Also die quasi-logischen Argumente, das sind Argumente, die sich aussehen, als ob sie formale Argumente wären. Also zum Beispiel eine Schlussfolgerung, Kausalität, die aber eigentlich, wenn man ganz genau hinguckt, die Anforderungen nicht ganz erfüllen. Perelmann schreibt dann, und das ist 1980, das ist aus dem Werk des Reich der Rhetorik, Den Gutgläubigen beeindruckt der logische Anschein dieser Argumente. Den Spezialisten der formalen Logik fällt dagegen vornehmlich all das auf, was sich von der rigorosen Deduktion unterscheidet. Also sind Argumente, die sehen so aus, aber sind eigentlich keine wirklich gültigen formalen Schlüsse. Das heißt, an denen müsste man einiges noch präzisieren, zum Beispiel Ambiguitäten beseitigen, all diese Dinge, bevor man die dann gelten lassen kann als wirklich echte formal gültige Schlüsse. Dann b, Argumente aus der Struktur des Wirklichen, da schreibt Perelmann eben auch in das Reich der Rhetorik, eine einmal anerkannte wechselseitige Verbindung von Elementen des Wirklichen kann zur Grundlage einer Argumentation werden, durch die sich eine Übertragung von Anerkannten zu dem erst noch zur Anerkennung zu Bringenden erreichen lässt. Also das sind tatsächlich Dinge, jetzt liegt tatsächlich die Kausalitäten. Also wenn man aus der Wirklichkeit sozusagen dann bestimmte Gesetzmäßigkeiten ableitet, da werden dann verschiedene Rubriken hier nochmal fein untergliedert. Diese Kausalitäten sind nur eine Rubrik, aber so genau möchte ich darauf jetzt nicht eingehen, weil das dann sehr umfangreich schnell wird. C ist dann die Argumente zur Begründung einer Struktur des Wirklichen. Das sind also zum Beispiel Beispiele, Beispielargumentationen, die es dann ermöglichen, sozusagen als Exempel zum Beispiel zu dienen, die als Einzelfall im Grunde eine Gesetzmäßigkeit in der Lage sind zu konstituieren. Und da geht es auch um Metapher und Analogie. Wenn Sie sich dafür interessieren und jeder, der in die Argumentationsanalyse, gerade von solchen alltagssprachlichen Argumentationen, die die beiden ja interessiert, Manfred Kinnbeutner hat in dem Kopperschmittband das sehr schön zusammengefasst, ganz kurzer Aufsatz, aber sehr gedrängt, auch mit viel Literatur. Und etwas ausführlicher in dem Handbook, dem Argumentationstheorie-Handbook von Franz van Emeren und anderen, 2014, Sie finden das alles wie immer in der Literaturliste. Und das ist vielleicht überhaupt eine gute Idee, wenn Sie sich nach dieser Sitzung denken, ich muss mich mal ein bisschen mit Perlmann beschäftigen, dann vielleicht nicht gleich versuchen, die 820 Seiten zu lesen, sondern vielleicht die ersten 80 zu lesen, also dieser Teil 1, diese Grundlagen, und dann überzugehen auf dieses Buch, Das Reich der Rhetorik, Rhetorik und Argumentation. Da gibt es bei Joachim Knape auch in der Allgemeinen Rhetorik, in einem Reklambändchen, so eine Zusammenfassung, eine Paraphrase dieses Buches. Damit kann man anfangen, dann dieses Buch lesen, das hat so vielleicht 200 Seiten, das ist nicht sehr umfangreich, also wesentlich gedrängter und wesentlich sozusagen, hat einen stärkeren Zug, wenn man so will, wenn man das durchliest. Damit würde ich anfangen, das lesen. Die deutsche Übersetzung ist übrigens eigentlich eine Kuriosität, diese Bebilderung, dieses Cover, weil genau so eine Szene hat eigentlich Perlmann nicht unbedingt vor Augen, also irgendeine Führerfigur vor einer Masse. Das ist vielleicht nicht das, was er als, ist nicht ausgeschlossen, aber jedenfalls ist es keine Rhetoriktheorie, überhaupt nicht, die irgendwie in die Richtung Propaganda geht, oder in die Richtung Massenpsychologie-Lebor geht, oder irgend sowas, sondern das ist im Grunde, das merkt man auch schon in dem Einleitungskapitel, wo Perlmann und Olbrechts-Tüttecker in der neuen Rhetorik ganz, ganz stark gegen die empirische, psychologische Persuasionsforschung argumentieren, die ja aus der Propagandaforschung sich entwickelt hat, dass sie das nicht möchten, so eine Persuasionstheorie, sondern eine Rhetoriktheorie. Das werden wir am Ende der heutigen Sitzung noch sehen, die auch sozusagen im Moment der Freiheit ganz konstitutiv macht. Dann ist ganz entscheidend, dass Perlmann und Olbrechts-Tüttecker sich in dem Buch am Anfang, und Perlmann macht das auch im Reich der Rhetorik, ganz genau so, sich inszenieren, da wird ein Bruch inszeniert, da wird gesagt, es gibt eine philosophische Tradition, die fängt mit Descartes an, die hat sich selber beschrieben als eine Erfolgsgeschichte, aber was wir jetzt machen, wir gucken mal, wie erfolgreich war das eigentlich, und wir schauen mal, was ist eigentlich die Verdrängungsgeschichte, die da dahinter steckt, also was ist da nicht berücksichtigt worden in diesem Aufstieg sozusagen der Vernunft. Ganz ähnliche Diskussion gibt es auch in einem Aufsatz von Stephen Toulmin tatsächlich mit dem Titel Die Verleugnung der Rhetorik, auch irgendwann aus den 70er Jahren. Der macht eine ganz ähnliche Erzählung einer Wiederentdeckung eines sozusagen verschütteten Wissens über Dinge, nämlich alltagssprachliche Argumentation, was ganz wichtig ist. Der Gegner bei Perlmann und Olbrechts-Tüttecker ist zunächst der René Descartes, also der Begründer des europäischen Rationalismus um 1600, 1596 bis 1606, wo Descartes sagt, Evidenz ist Maßstab von Vernunft, und es gibt dann so eine Methode der Erkenntnisgewinnung, die nennt man More Geometrico in der Literatur, oder auch zeitgenössisch schon, weil die nach dem Modell sozusagen der Mathematik funktioniert. Und Descartes schreibt selber im Discours de la méthode, vier Regeln der Analysis und Algebra entliehen, das ist das mathematische Modell. Die erste war, niemals eine Sache als wahr anzunehmen, die ich nicht als solches sicher und einleuchtend erkennen würde, und das heißt sorgfältig, die Übereilung und das Vorurteil zu vermeiden, und in meinen Urteilen nur so viel begreifen, wie sich meinem Geist so klar und deutlich, und das sind zwei Schlüsselbegriffe, klar und deutlich darstellen würde, dass ich gar keine Möglichkeit hätte, daran zu zweifeln, also was sozusagen am Ende dann evident ist. Das heißt, es ist ein skeptizistisches, erkenntnistheoretisches Programm bei Descartes, das fragt, was können wir sicher wissen, und am Ende, ja okay, das ist eben klar und deutlich, was sich klar und deutlich darstellt, was gar keine Zweifelsmöglichkeit eröffnet, das ist sozusagen das sichere Fundament der Erkenntnis. Perelmann und Ulbricht-Züttiker schreiben dann, damit erhob er Descartes Evidenz, also das, was dann einleuchtet sozusagen, zum Maßstab der Vernunft, und ließ nur solche Schlüsse als vernünftige gelten, welche die Evidenz ihrer Axiome aufgrund von klaren und deutlichen Begriffen mit Hilfe von apodiktischen Beweisen auf sämtliche Theoreme ausweiteten. Und sie führen da zum Beispiel an, sozusagen die Basis, die Grundregel der Logik, nämlich den Satz vom Widerspruch, dass A nicht gleich Non-A sein kann. Also Descartes kann nicht zugleich Leben und Tod sein. Und sie sagen, ja das ist ein Grundgesetz der Logik, aber es gibt doch auch Bereiche, und das sind die, die uns interessieren, in denen dieser Satz vom Widerspruch gar nicht gilt, und das sind vor allem solche Fragen, also solche Bereiche, in denen es um Werturteile geht. Wenn wir zum Beispiel sagen, ja Freiheit ist gut, erstrebenswert, dann kann es ja auch in totalitären Regimen auch zum Beispiel eine Ansicht geben, ja Freiheit ist schlecht oder ist schädlich. Wie gehen wir in solchen, mit solchen Werturteilen bei Bewertungen mit dem Satz vom Widerspruch um? Das sind doch vielleicht zwei mögliche Positionen, die gar nicht zwingend im Widerspruch zueinander stehen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von alltagslogischen Argumentationen, Beweisführungen, die gar nicht in diesem Modell, was von Descartes kommt, zu beschreiben ist. Und das sind gerade, sagen Sie, die Beweise, die in den Humanwissenschaften, das heißt eben auch im Bereich der Rechtswissenschaften, der Ethik, der Politik, eine ganz große Rolle spielen. Die haben eben nicht den Charakter zwingender Flüssigkeit. Das ist also der erste Feind, der sozusagen ganz klar positioniert wird als Gegner. Der zweite ist, den Sie unten sehen, Gottlob Frege, über den, der man ja promoviert hatte. Und er sagt, ja, die moderne Logik, Frege ist der Begründer der modernen Logik. Und er sagt, die Logik hat seit Aristoteles eigentlich keine Fortschritte gemacht bis Frege als Begründer der modernen Logik. Und er sagt, ja, aber auch die moderne Logik, die sich so differenziert weiterentwickelt hat, dann im 20. Jahrhundert hat diesen Fragen, also den Argumentationen, die nicht zwingend für sich sind, die vielleicht nur wahrscheinlich sind, die nur plausibel sind, gar kein Augenmerk gewidmet. Und das wollen Sie untersuchen. Also statt Descartes und Frege nämlich dann eine Rückbesinnung auf etwas, auf einen Teil des Werks von Aristoteles, von dem Sie sagen, das hat man eigentlich nachlässigt, das hat man zur Seite geschoben, nämlich die Dialektik und die Rhetorik. Man hat immer geguckt auf die Teile sozusagen der Organonschriften des Aristoteles, also diese Werkzeugschriften von Aristoteles, in dem es tatsächlich um den Schluss geht, um den Syllogismus geht. Aber man hat nicht geguckt auf die Dialektik und auf die Rhetorik. Und daraus lese ich jetzt drei Zitate vor, die sind ganz vom Ende des Buches aus, am Ende so einer etwa zehnseitigen Schlussbemerkung, wo noch mal so ein paar Schlussfolgerungen aus dem Buch gezogen werden. Wir kämpfen hier, schreiben die beiden, gegen tief eingegrabene und unauflösliche philosophische Widerstände an, die uns die Absolutismen jeglicher Prägung vor Augen führen. Der Dualismus von Verstand und Fantasie, von Wissen und Meinung, von unverbrüchlicher Evidenz und trügerischem Willen, von universell akzeptierter Objektivität und nichtmittelbarer Subjektivität und schließlich gegen den Dualismus zwischen einer Wirklichkeit, die für alle zwingenden Charakter hat und rein individuellen Werten. Es geht also sozusagen darum zu gucken, aus diesem dualistischen Denken rauszukommen und auch sozusagen diese Dinge dazwischen mal anzugucken. Wie ist es denn, ist alles, was nicht sicheres Wissen ist im Sinne von Descartes, bloß subjektive Meinung, individuelle Meinung, die gar keinen Anspruch erheben kann auf Allgemeingültigkeit. Und da wissen wir Rhetoriker natürlich, dazwischen ist eigentlich das, worum es in der Rhetorik geht und das wollen sie sozusagen theoretisch, philosophisch angehen. Zweites Zitat. Unsere Position ist eine völlig andere, da geht es nochmal um Descartes und so. Wir gründeten unsere Philosophie nicht auf definitive und unbeschreibbare Wahrheiten, sondern wir gehen von der Tatsache aus, dass Menschen und menschliche Gruppen jeder Art von Meinung mit unterschiedlicher Intensität zustimmen, die sich nur erkennen lässt, wenn man sie auf die Probe stellt. Also da auch tatsächlich, das werden wir mal sehen, Probe, Meinung, also das geht sozusagen um diese Sachen jenseits objektiver, definitiver, unbestreitbarer Wahrheiten. Drittes Zitat. Behauptete man, alles, was nicht objektiv und unbestreitbar gelte, sei subjektiv und zwar bloß subjektiv und willkürlich, so zöge man dadurch einen unüberwindbaren Graben zwischen einem allein rationalen, theoretischen Erkennen und einem Handeln, dessen Motivationen restlos irrational waren. Aus einer solchen Sicht ist keine vernünftige Praxis mehr möglich. Also es ist eben auch die Frage, was heißt eigentlich Rationalität von Handlungen? Können wir da eigentlich dieses erkenntnistheoretische Instrumentarium, was Descartes formuliert hat, überhaupt brauchen? Hilft uns das überhaupt, Handlungen zu begründen? Und da eben beziehen sie sich dann zurück auf Aristoteles, auf die Dialektik und dann vor allem aber eben auf die aristotelische Rhetorik. Denn sie schreiben, im Grunde ist das eine Art, da gibt es einen Schatz zu heben, sagen sie. Es hat doch bereits Aristoteles dialektische Beweise neben den analytischen untersucht. Das heißt, neben Beweisen, die zwingend schlüssig sind, solche, die sich mit dem Wahrscheinlichen beschäftigen, ferner auch Beweise, die der Erwägung und der Argumentation dienen, neben solchen, wie sie in der mathematischen Beweisführung gebraucht werden. Da ist eben die Idee zu sagen, gehen wir doch mal zurück in die Tradition, gehen wir doch mal zurück zu Aristoteles und wir sehen doch, der Aristoteles war eigentlich letztendlich schlauer als Descartes. Denn der Aristoteles hat gesagt, es gibt natürlich so einen Bereich, der Erkenntnistheorie, in dem es um zwingend schlüssiges geht und Argumentationsverfahren, die zwingend, die sozusagen zwingende Schlüssigkeit herstellen, aufgrund von gewissen formalen Gesetzmäßigkeiten. Aber es gibt eben auch etwas anderes und das ist das, was natürlich dann auch in der öffentlichen Deliberation eine ganz zentrale Rolle spielt beim Erörtern öffentlich relevanter Streitfragen. Und das ist ja dann das Programm der aristotelischen Retroche. Also es geht darum im Grunde diesen in der Tradition verschüttet gegangenen Strang von Aristoteles wieder neu zu bewerten und neu sozusagen die Relevanz deutlich zu machen. Und sie ersetzen dann, Perelmann und Olbrechts Stütika Evidenz, dieser Begriff der Evidenz Anzeichen für die Wahrheit dessen, was widerspruchsfrei, weil evident ist. Das ist ja das, was man sozusagen dann sagt, wenn man eine sozusagen eine schlüssige, formal korrekte Argumentation hat, einen Beweis genannt hat, das sagt ja, okay, das ist ja evident, die Schlussfolgerung, das geht aus den Prämissen sozusagen hervor mit zwingender Notwendigkeit. Das wird eben ersetzt, diese Evidenz durch den argumentativen Diskurs. Da kommt dann Sprache natürlich auch ins Spiel. Und sie schreiben und daher beschäftigt sich diese Theorie mit der Untersuchung solcher diskursiver Verfahren, die eine Zustimmungsbereitschaft von Menschen zu ihnen vorgelegten Thesen zu wecken oder zu steigern vermögen. Und das haben wir schon, das ist schon eine Art Rhetorikdefinition. Ich werde jetzt da gleich noch ein bisschen näher auf diese Definition eingehen. Aber gucken wir noch mal, kontrastieren wir das nochmal ein bisschen stärker, diese Frage Logik, diese kartesianische Tradition oder der andere Aristoteles und der Rhetorik, also die aristotelische Rhetorik und die aristotelische Dialektik. Da gibt es zwingende Schlüssigkeit einer demonstrativen Beweisführung, nennt man das, also detuktive Beweisführung mit Axiom oben sozusagen, die man nicht weiter beweisen kann und deswegen auch nicht muss. zentral stellen das für Christe Evidenz und im Grunde sagen Perlmann und Olsprez Zittika und das stimmt ja auch, die Hörerschaft spielt für die Kraft des Beweises eigentlich keine Rolle. Also ob der Hörer am Ende sagt, das habe ich jetzt aber nicht verstanden, die Beweisführung, wenn der Philosoph sagt, ja das ist aber alles formal hier korrekt nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die es zum Beispiel in der Logistik gibt, korrekt abgeleitet, dann ist eigentlich das völlig egal, ob der Zuhörer das versteht oder glaubt oder überzeugt ist, weil sozusagen das Formale schon genügt in der Logik und das ist eben in der Rhetorik anders und im Modell der neuen Rhetorik. Argumentieren und Abwägen dort heißt eben Stützen von Thesen, die nicht zwingend schlüssig sind, das ist eben der Bereich des Wahrscheinlichen, des Plausiblen, des Akzeptablen, muss man glaube ich Rhetoriker nicht erklären, dass das unser Feld ist, unsere Spielwiese ist. Wenn man argumentieren will, schreiben die beiden dann, das heißt mittels Rede die Intensität der Zustimmung einer Hörerschaft zu bestimmten Themen beeinflussen möchte, da haben wir wieder diese Definition der Rhetorik, dann sind jene psychischen und sozialen Bedingungen nicht länger irrelevant und lassen sich nicht restlos vernachlässigen und das ist nochmal ein sehr sehr interessanter Gedanke, auf den ich nachher auch nochmal zu sprechen komme, weil das ist auch ein bisschen Abweichung von Aristoteles, aber immerhin zu sagen, also wenn wir uns auf den Bereich des Wahrscheinlichen bewegen, dann kann sich sozusagen eine Art Logik des Wahrscheinlichen nicht mit rein sozusagen innerlogischen Fragestellungen beschäftigen, sondern da geht es eben auch um Psychologie und es geht um soziale Bedingungen, weil die ja einen Einfluss haben darauf, ob eben ein Überzeugungs- oder Überredungsvorgang dann am Ende erfolgreich ist oder nicht, also ob die Zuhörerschaft zustimmt oder nicht, da spielen eine ganze Reihe Faktoren eine Rolle, das heißt, das Modell der Zustimmung ist deutlich komplexer als dieses Modell der Logik letztlich und ist vor allem deswegen deutlich komplexer, weil eben die Zuhörerschaft eine ganz entscheidende Rolle spielt, das werden wir auch gleich noch sehen, das ist eigentlich der entscheidende Baustein in dieser Theorie der neuen Rhetorik. Das heißt, es geht auch nicht, der Oberbegriff ist auch nicht Persuasion bei Perelmann und Olbrechts-Tütika, sondern eben Zustimmung. Zustimmung ist sozusagen der Kernbegriff der neuen Rhetorik. Und damit eine Hörerschaft zustimmen kann, in einem kommunikativen Prozess, sagen die beiden, da muss es eben eine Art intellektuellen Kontakt geben, die Konstitution, die Bildung von etwas wie eine Art intellektuellen Gemeinschaft, das muss eben der Redner schaffen, das muss er hinbekommen, dass er das konstituiert im kommunikativen Prozess. Und da sieht man auch tatsächlich, wie diese Kategorie der Zuhörerschaft eine ganz entscheidende Rolle bekommt bei Olbrechts-Tütika und Perlmann, weil er sagt nämlich, die beiden sagen, dass der Redner auch Bescheidenheit braucht. Also der Redner ist nicht, wie in der Orator-Theorie bei Johann Knabe, der sozusagen der Vorsprecher, der die große Ansage macht und der das Publikum und den Weg zum Publikum, den Weg zur gelungenen Persuasion begreift, als eine Frage von Kalkülen und eine Frage von Überwindung von Widerständen. Da geht es tatsächlich um stärker auch etwas, was dann auch tatsächlich diese intellektuelle Gemeinschaft stiftet, auch mit einer gewissen, werden wir nachher auch noch sehen, mit einer gewissen Gleichberechtigung. Also die Hörerschaft wird hier eine ganz, ganz entscheidende Größe. Deshalb sagt auch das letzte Zitat, Der Argumentation, die Zustimmung derer erheischt, an diese sich wendet, steht sie ganz und gar in Relation zur Hörerschaft, auf die sie Einfluss zu nehmen sucht. Und da nochmal von ein bisschen später in dem Buch nochmal ein Zitat, was man sich vielleicht merken kann. Das Ziel jeglicher Argumentation besteht darin, Zustimmung der Menschen zu den ihnen vorgelegten Thesen zu wecken oder zu steigern. Also ist es diese Intensivierung. So hat also wirkungsvolles Argumentieren den Erfolg, die Intensität der Zustimmung in der Weise zu steigern, dass sie bei den Hörern eine beabsichtigte Handlung oder Unterlassung auslöst oder wenigstens eine Neigung zur Handlung bei ihnen weckt, die im geeigneten Moment zur Praxis führt. Also Zustimmung wieder dieser Begriff der Zustimmung, ganz, ganz zentral ist. Jetzt kommt eine Folie, die eigentlich hier unten nicht sein sollte, dieser Kasten, aber das ist jetzt ein Powerpoint-Fehler, aber ich mache mal trotzdem weiter. Da kann man natürlich sehen, die Hörerschaft, da kommt eine Größe herein in die Rhetorik-Theorie, anders als in der Logik, wo sie im Grunde keine Rolle spielt, die eine große Diversität haben kann. Die kann auch unterschiedliche Grade von Vernünftigkeit haben, wenn wir an die Massenpsychologie denken, so um 1900, die eine Art von Idee von Zuhörerschaft hat, wie eine Schafsherde. Der Redner Bindestrich Führer ist eigentlich wie so ein Hirte, der die Schafe irgendwie irgendwo hinführen muss. Da kann man sagen, das ist eine Konzeption, die Perlmann ablehnt. Es gibt schon einen Grad von Vernünftigkeit. Es so etwas, was wir auch letztlich bei Aristoteles finden. Da komme ich gleich noch auf eine Idee, dass die Rhetorik sich eben auch an eine Art von Zuhörerschaft wendet, die zum Beispiel nicht in der Lage ist, längere logische Beweisketten beurteilen oder ihnen folgen zu können. Da hat Perlmann ein deutlich positiveres Menschenbild und auch ein Menschenbild, was den Menschen auch mehr sozusagen auch Fähigkeiten, mehr Und diese unterschiedlichen Hörerschaften, die dienen dann dazu, und das ist vielleicht einer der theoretischen Haupterrungenschaften von Perlmann und Olbrechts Tütika, dass mit diesen unterschiedlichen Hörerschaften zwei Funktionen von Rhetorik begründet werden, und zwar die Funktion des Überredens und die Funktion des Überzeugens. Denn Überreden und Überzeugen unterscheiden sich eben mit Blick auf eine unterschiedliche unterschiedlich zusammengesetzte Hörerschaft. Wir schreiben also, wir schlagen also vor, eine Argumentation überredend zu nennen, wenn sie nur bei einer partikulären Hörerschaft gelten soll und sie überzeugend zu nennen, wenn sie mit dem Geltungsanspruch auf Zustimmung bei allen vernünftigen Wesen verbunden wird. Und das ist die universelle Zuhörerschaft, die letzte Überreden und Überzeugen haben eben zwei unterschiedliche Zuhörerschaften. Und bei der universellen Zuhörerschaft ist es natürlich das, was ihn als Perlmann und Olbrecht Zitteker und dann auch Perlmann sein weiteres Leben als Philosoph vor allem interessiert, ist die universelle Zuhörerschaft. Da muss der Redner sich der Prüfung der Fakten und dem Urteil des Lesers unterwerfen und zwar sozusagen entgrenzt allen möglichen Lesern und Perlmann sagt ja in dem Moment, in dem der Redner das macht, hat es Einfluss auf die Wahl seiner Argumente. Also er kann dann keine Argumente mehr wählen, die jetzt im rhetorischen Sinne strikt parteilich sind, die nur bei einer bestimmten Gruppe von Menschen überzeugend wirken oder überhaupt etwas bewirken, sondern er muss seine Argumente so sozusagen ausrichten, so erfinden, dass sie auf eine sozusagen unbegrenzte universelle Zuhörerschaft alle Menschen das überzeugend finden und das ist dann sozusagen die philosophische Spielart, die Spielart einer philosophischen Rhetorik, wenn man so will. Und dann gibt es natürlich die partikuläre Zuhörerschaft, das ist das, was uns in der Rhetorik natürlich in fast allen Fällen wesentlich mehr interessiert, eine konkrete Gruppe von Menschen, die ich vor mir habe, das ist die partikuläre Zuhörerschaft, die eben eine konkrete Gruppe, konkrete Zuhörerschaft vor Augen hat und dann die Argumente darauf auch ausrichten kann. Also Zuhörerschaft ist wie gesagt Hörerschaft, Zuhörerschaft. Die ganze Perelmannsche, Olbrechts, Tütekarsche Theorie dreht sich eigentlich um diesen Begriff des Zuhörers, um diese Größe des Zuhörers in der rhetorischen Kommunikation und das ist eine in der Rhetoriktheorie, die ganz anders als Joachim Knappe in vielen Bereichen auch oder ganz anders auch als eigentlich alle antiken Theorien, die ja auch immer Orator-Theorien sind, in diesem neo-aristotelischen Paradigma, die nehmen nun die Zuhörer die entscheidende Größe in der rhetorischen Kommunikation. Und da machen Perlmann und Olbrechts Zütekar noch ein paar ganz interessante Überlegungen, was ist eigentlich Hörerschaft und das ist jetzt bei dem Partikularen Fall, sie spielen da so ein paar Möglichkeiten durch, sie sagen, was ist eigentlich sozusagen diese Partikulare Hörerschaft, ist das die Person oder die Person nennen, die der Redner explizit anspricht, also etwas, was man als adressierter Adressat, das ist mein Begriff nicht von Perlmann und Olbrechts Zütekar aber sozusagen der konkret adressierte Adressat nennen könnte und da sagen die beiden ja nicht unbedingt denn im englischen Parlament und in vielen Parlamenten ist das so, dass der Redner zum Beispiel eine bestimmte Instanz ansprechen muss, auch konkret adressieren muss, zum Beispiel im englischen Parlament den Präsidenten eigentliche Adressaten können aber dann seien zum Beispiel die Zuhörer im Raum oder die öffentliche Meinung des Landes heute könnte man auch an Video Übertragung aus dem Radio Übertragung Livestream aus dem Parlament denken das heißt das meinen sie nicht das zweite wäre dann die Frage ist es die Gesamtheit von Personen die der Redner wo sich sieht also wenn er auf einer Redner Bühne steht hinter sein Pult sagen die beiden ja auch nicht unbedingt es kann ja zum Beispiel auch in der Parlamentsrede so sein dass ein Redner aufgrund seiner Parteilichkeit eben vornherein drauf verzichtet seine Argumente gar nicht darauf ausrichtet Mitglieder der Opposition überzeugen zu wollen ein anderes Beispiel ist ein Interview durch einen Journalisten wo es dann auch darum geht es redet zwar jemand im Dialog mit einem Journalisten aber eigentlich will man jemand anderen eigentlich adressieren denkt an eine andere Hörerschaft nämlich die Leser später zum Beispiel des Interviews stattdessen ist der Begriff der Hörerschaft den Perelmann und Olbrecht Tütika im Blick haben etwas was man auch wieder mein Begriff was man intendierte Hörerschaft nennen kann oder intendierte Adressaten nämlich die Gesamtheit derer die ein Redner oder eine Rednerin damals hat man noch nicht gegendert durch seine Argumentation beeinflussen will also da auch ein Konzept von Intentionalität und diese Trias finde ich tatsächlich ganz hilfreich auch bei allen möglichen rhetorischen Analysen sich das mal zu überlegen wer ist eigentlich die Hörerschaft einer Rede und es sind nicht unbedingt immer die die angesprochen wird es sind nicht unbedingt auch immer alle die Leute die vor Ort sind zum Beispiel die intendierte Hörerschaft ist und das ist eine Art Überschneidung mit der Orato-Theorie von Johann Knabe ist eine Art Konstruktion eine Projektion der Begriff Projektion fällt nicht aber der Begriff Konstruktion fällt das heißt das ist eben etwas was der Redner sich überlegen muss was er ja vorher in der Regel er hat so Hinweise vielleicht wen möchte ich erreichen was möchte ich meine meine Rede erreichen was ist mein Ziel und dann kann man sozusagen seine Zuhörerschaft muss man dann anpassen also das ist im Grunde ein ähnlicher Gedanke wie das Adressaten Kalkül bei Joachim Knabe und dann gibt es eine Idee der Konditionierung der Hörerschaft durch die Rede etwas seltsamer Begriff weil wir den ja so ein bisschen aus dem Behaviorismus kennen Konditionierungstheorien aber sozusagen die Frage mit welchen Mitteln soll das heißen mit welchen Mitteln macht der Redner sozusagen erzeugt der Redner diese Zustimmung bei seiner Hörerschaft und da gibt es auch eine ganz interessante Unterscheidung nämlich Perlmann und Oldbrecht Zittiger sagen es gibt eine Konditionierung durch äußere Mittel Musik Beleuchtung Gruppenspiele was immer sie damit meinen wird nicht erklärt das sind oft auch Mittel der Propaganda tatsächlich um Leute Hörer in eine bestimmte Stimmung zu bringen Sie kennen das berühmte Aussage bei Hitler in Mein Kampf dass er Reden immer abends gehalten hat weil er sozusagen sein Wirkungskalkül war auf ein Abendpublikum ausgerichtet und nur vor diesem Publikum abends mit ein paar Maß Bier konnte dann diese Überredung stattfinden dann findet aber eben dieser Konditionierungsprozess wie sie das nennen vor allem auch durch die Rede selbst statt und sozusagen dieser Konditionierungsvorgang bei dem die beiden sagen die Zuhörerschaft werden eigentlich verändert transformiert durch die Rede und die Zuhörer passen sich an und der Redner passt sich auch an seine Zuhörerschaft an also im Grunde eine Art Reziproker Prozess den man eben so gut es geht im Vorhinein kalkulieren muss und diese Frage Konditionierung äußerer Mittel Konditionierung durch die Rede selbst das ist natürlich aber das sagen sie selber auch nicht aber wir Rhetoriker wissen das natürlich weil wir die aristotelische Rhetorik gut kennen im Grunde ist das so eine Unterscheidung wie die arttechnischen und technischen Beweismittel in der aristotelischen Rhetorik dann universelle Zuhörerschaft an diesem Konzept tatsächlich hat sich die Forschung eigentlich am meisten abgearbeitet an dem und dann an den Argumentationsschema dieser Dreierunterteilung die man eben ganz ganz stark auch argumentationsanalytisch benutzen kann aber wenn es um Theorie geht um Rhetoriktheorie geht muss man sagen weil ja auch Argumentationstheorie ganz ganz stark auch von Philosophen betrieben wird man hat sich sehr viel mit dieser Idee der universellen Zuhörerschaft auseinandergesetzt und die müssen die müssen wir uns jetzt ein bisschen mal angucken was meint meinen Perlmann und Olbrecht Stüttecker eigentlich damit die These in etwa ist mit der Entgrenzung der Zuhörerschaft also nicht mehr parteiliche Rede sondern alle möglichen Zuhörer müssen bedacht werden vom Redner in Richtung eben auch ein universelles Publikum muss auch die Stärke der Argumente gesteigert werden also der Redner muss sich quasi ganz anders absichern weil er jetzt sozusagen alle möglichen Interessen zum Beispiel auch bedienen muss und die beiden sagen die universelle Zuhörerschaft ist keine empirisch belegbare Tatsache sondern eine Projektion des Redners oder der Rednerin also es ist eine Art Ideal die universelle Zuhörerschaft ist eine Art Ideal eine Art regulative Idee mit der der Redner quasi beim Konzipieren einer Rede oder eines Textes operieren muss und sie schreiben dann das ist eine wichtige Aussage das Einverständnis einer universellen Hörerschaft ist also keine Tatsachenfrage sondern eine Geltungsfrage das heißt die entscheidende Frage die der Redner sich bei der Auswahl seiner Argumente und seiner Beweise stellen muss ist eben die Frage für wen gelten diese Argumente und da es eine universelle Zuhörerschaft ist also die Frage wie richte ich meine Argumente so aus dass sie an jeden möglichen Zuhörer jede mögliche Zuhörerin anschlussfähig sind dass sozusagen diese Adhesion diese Anpassung stattfinden kann und da sieht man das ist eine ganz andere sozusagen Form der Argumentation das sind ganz andere Schwierigkeiten die der Redner da hat wenn er sozusagen seine Rede so ausrichten möchte und das ist natürlich eine Sache vor allem für die Philosophie das ist was was unsere Rhetoriker in dem Sinne gar nicht so interessiert weil sie nicht immer mit partikulären Zuhörerschaften zu tun haben die beiden schreiben dann eine Argumentation die sich an eine universelle Zuhörerschaft richtet muss den Leser von der zwingenden Natur der beigebrachten Gründe von deren Evidenz und deren überzeitlichen und absoluten von lokalen oder historischen Zufälligkeiten unabhängigen Gültigkeit überzeugen das heißt das ist relativ anspruchsvoll sage ich mal was der Redner hier leisten muss aber die Idee ist eben dass man etwas hat was im Grunde dann so etwas wie so wie eine Art Diskurstheorie der Wahrheit dann sich daran entspinnt wenn man so will das heißt diese universelle Zuhörerschaft ist tatsächlich und das ist ein Unterschied zu Aristoteles die ist keine elitäre Zuhörerschaft bei Aristoteles gibt es ja tatsächlich in dem Konzept des Endoxon durchaus so ein Elitengedanke drin dass man also sagt ja was ist Endoxa das ist das was die Meinung vieler ist aber dann doch vor allem die anerkannte Meinung und die Meinung der Weisen also da gibt es sozusagen wenn man so will ein Gefälle was in dem Konzept des Endoxon bei Aristoteles drin ist am Ende sind es eben doch vor allem Fachleute kompetente Leute und nicht jede beliebige jede beliebige Meinung und das ist nicht die Idee von Perlmann die universelle Zuhörerschaft ist kein Elitenkonzept sondern die Idee ist schon tatsächlich eben Universalisierung das heißt potenziell eben jeder mögliche Zuhörer diese Konzeption ist wie gesagt eine philosophische vor allem die ist äußerst umstritten und alles was ich heute machen kann ist Ihnen ein paar Literaturangaben zu geben wen von Ihnen das interessiert es gibt eine ganze Reihe von Aufsätzen zu diesem Thema ich habe die wichtigsten glaube ich Ihnen hier rausgesucht Contra gibt es mindestens drei Aufsätze unter anderem von dem Argumentationstheoretiker Henry Johnstone es gibt aber auch dann positive Stellungnahmen in Deutschland unter anderem ganz emphatisch ganz zustimmend Josef Kopperschmidt aus dem Band aus dem Perelmann Band 2006 gibt es da einen Artikel von ihm drin über diese Idee der universellen Zuhörerschaft und dann gibt es einen interessanten Aufsatz von Gross der sagt ja in der Forschung diese sozusagen diese Fixierung auf die universelle Zuhörerschaft die verkennt ein bisschen dass tatsächlich der Ansatz von Perlmann und Olbrecht Tütekar ein bisschen breiter sozusagen ist das ist eigentlich die Theorie der rhetorischen Zuhörerschaft insgesamt also die diskutieren auch sozusagen die Partikuläre die universelle aber die studieren auch viele andere Formen von Zuhörerschaft nämlich zum Beispiel den Dialog oder das Selbstgespräch also tatsächlich ist das nicht nur diese eine Alternative sondern in dem Werk steckt eine ganze Theorie der rhetorischen Zuhörerschaft insgesamt und das ist finde ich ein sehr interessanter Gedanke der auch ein bisschen sozusagen wegkommt von der Fixierung wie realistisch ist eigentlich das mit der universellen Zuhörerschaft wie utopistisch ist das und das ein bisschen in den weiteren Kontext tatsächlich stellt das sind dann eben die beiden anderen also universelle Zuhörerschaft und radikuläre Zuhörerschaft das sind eben im Grunde so radikuläre Zuhörerschaft ist eben der Standardfall der Rhetorik wobei Herrlmann muss man auch sagen tatsächlich nicht von der Mündlichkeit unbedingt ausgeht sondern sagt ja das interessiert ihn gar nicht das antike Paradigma ist halt das Paradigma der Mündlichkeit heute ist das meiste ja was sozusagen argumentiert sind schriftliche Texte und da gibt es eben die partikuläre universelle Zuhörerschaft wo ein Autor sich an mehrere Menschen wendet dann gibt es eben die Argumentation vor einem einzigen Zuhörer die philosophische Dialektik sozusagen auch in dem aristotelischen Sinne kommt ja daher von sozusagen vom Gespräch es gibt eine Unterscheidung von Debatte und Diskussion die die beiden machen die ich auch ganz interessant finde die sich auch in der Diskussion manchmal wiederfindet Debatte sozusagen als etwas man sagt ja okay das ist eben das was wir in der Parlamentsdebatte haben da ist eben der Grundsatz der Parteilichkeit der Strukturbildende die einzelnen Vertreter der einzelnen Parteien tragen eben ihre Position ihre jeweiligen Überzeugungen vor und eine Diskussion dagegen ist was anderes und auch im Grunde was vielleicht philosophischeres von größerer Dignität weil da geht es dann darum dass die Gesprächspartner schreiben die beiden ehrlich und ohne vorgefasste Meinung nach einer besten Lösung suchen das ist also auch die Idee der Wahrheit suchende Idee wie sie auch in vielen Argumentationstheorien heute eine Rolle spielt also die Idee dass Argumentation als Prüfung von Geltungsansprüchen tatsächlich in einem Prozess zu so etwas wie dem Ausräumen von Meinungsverschiedenheiten führen kann wenn nur beide Parteien sozusagen bestimmte Regeln beherrschen das ist zum Beispiel in der Pragmadialektik von Franz van Emeren gibt es die Ten Rules of Critical Discussion und da wird eben tatsächlich gesagt Ehrlichkeit also auch kreisische Kommunikations Maxime und solche Dinge spielen da eine Rolle und dann ganz interessant der zweite Punkt die Beratung mit sich selbst also was wie Autokommunikation Autopersuasion das innere Selbstgespräch das innere sozusagen herumwälzen von Problemen die man vielleicht macht etwas was wir alle aus dem Alltag glaube ich kennen dass man Pro und Contra vielleicht auch mit sich selber argumentiert und seine eigene Position dadurch festigen möchte oder Problemlösung betreiben möchte das heißt die Frage der Hörerschaft und das ist eben dieser Gedanke dem Crossaufsatz die ist relativ umfassend relativ pluralistisch also tatsächlich von größeren Menschenmengen bis hin zu eigentlich einer Entgrenzung der Zuhörerschaft bis hin zum Individuum was mit sich selber spricht ein ganz interessanter Gedanke am Ende des ersten Teils ist dass sich bei Perlmann und Olbrechts Tütteca eine wie ich finde sehr überzeugende Rehabilitation der Epideiktik findet Epideiktik also die Lob oder Tadelrede die dritte der aristotelischen Gattung die immer so ein bisschen Rand dasein fristet auch wenn sie bei Joachim Knabe wissen dann gibt es Metabolie Systase aber eigentlich schlussendlich geht es um Metabolie eigentlich geht es um Veränderung und eigentlich geht es um die Gerichtsrede und die politische Rede und das war auch in der Antike tatsächlich so bis in die römische Rhetorik hinein und das ändert sich dann im Kaiserreich das haben wir ja an der Kurzius Vorlesung gesehen dass auch da sozusagen die die Gattungen sich verändern aufgrund sozusagen der Veränderung der politisch gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wird nun die Epideiktische Gattung zur zentralen Gattung und das ist eben auch ein Gedanke den Perlmann und Olbretz-Tütekar weiterspinnen sozusagen zu sagen okay wenn es in der Rhetorik um Zustimmung geht wenn es um Werte geht vor allem dann kann man doch nicht sagen dass die Epideiktische Gattung irgendwas Randständiges ist und kann auch nicht sagen dass es dann nur um Ästhetik geht das ist ja auch eine weit verbreitete Ansicht die sich zum Beispiel bei Lausberg findet wenn sie da nachlesen der sagt ja die Lobrede ist La Polar Kunst um der Kunst willen wenn man guckt bei Joachim Knappe gibt es den Begriff Vorzeigerrede das ist also die Idee der Redner zeigt vor was er kann ostendiert sein rhetorisches Vermögen sein rhetorisches Können die Rede hat aber eigentlich nur einen ästhetischen Anspruch gar keinen wirklichen gesellschaftlichen und da formulieren Perlmann und Olbretz-Tütekar ein Gegenprogramm was glaube ich bedenkenswert ist und was meiner Ansicht nach stimmt sie schreiben wir nun glauben dass die epideiktischen Reden einen zentralen Bestandteil der Kunst der Überredung bilden und dass die Verständnislosigkeit mit der man ihnen begegnete aus einem falschen Begriff von den Wirkungen der Argumentation resultierte denn es gehe bei der Epideiktik um die Steigerung der Zustimmung zu bestimmten Werten so sucht der Redende eine Überzeugungsgemeinschaft um gewisse Werte herum zu stiften und das ist sozusagen auch wieder diese Idee es gibt zwischen Hörer und Hörerschaft so eine Art geistige Verbindung und die gibt es dann auch unter den Zuhörern und das ist etwas was die Rede oder der Redende dann stiftet eine Wertegemeinschaft nicht zuletzt werden dadurch Werte stabilisiert das ist im Ergebnis nicht so viel anders als der knapische Systase Begriff nur fällt hier halt der Begriff der Werte und der Begriff der Werte da ist man eben dann gleich in der Ethik drin und in der Frage was eigentlich lobenswert ist also was wertvoll genug ist dass man es loben kann und die beiden sagen ja okay Wertegemeinschaft ist es aber etwas was auch sozusagen eine zeitliche Dimension hat Wertegemeinschaften können gehen die muss man immer wieder stabilisieren die muss man neu sozusagen ins Leben zurückrufen zum Beispiel durch rituell begangene Anlässe und das ist ja das was genau passiert bei Jahrestagen bei der Weihnachtsansprache oder der Neujahrsansprache bei all den politischen Ritualen Aschermittwoch zum Beispiel da wird natürlich auch Politik betrieben aber es gibt so rituelle Anlässe in den Gemeinschaften Erinnerungstage im kulturellen und im kommunikativen Gedächtnis wie das Jan und Aleida Asman nennen in denen dann diese epideiktischen Reden eine ganz zentrale gesellschaftliche Funktion auch haben das heißt sie sind nicht nur ästhetisch sie sind nicht nur in Wort geklingelt und was was man nett anhört weil der Redner sich Mühe gibt sondern die haben eine ganz ganz klare soziale Funktion nämlich diese Wertegemeinschaft zu stiften und immer wieder neu zu bestätigen und da sagen sie am Schluss dann in der Epideiktik beansprucht der Redende sogar die Rolle des Erziehers ein letzter Folie noch bevor wir dann am Ende sind das ist dann am Ende dieses ersten Teils da geht es auch noch um vieles andere was ich jetzt gar nicht so richtig Ihnen vorstellen konnte die letzten paar Kapitel sind so ein bisschen ein Kessel buntes würde ich mal sagen da geht es dann noch mal um die Frage Epideiktik aus der Epideiktik kommt noch mal die Frage Rhetorik Propaganda Rhetorik und Erziehung als Unterschied Rhetorik und Gewalt kommt hier noch mal als Thema und Rhetorik und Freiheit denn das ist eigentlich das was am Ende diese Nouvelle Rhetorik von Perlmann und Oldbrecht Zitika ist eine Rhetorik der Freiheit denn die Tatsache dass man argumentiert bedeutet zugleich bedeutet zugleich dass man darauf verzichtet ausschließlich auf Gewalt zurückzugreifen dass man auch die Zustimmung des Gesprächspartners die man mit Hilfe einer vernünftigen Überredung erlangt Wert legt und dass man den Gesprächspartner nicht als ein Objekt behandelt das ist noch mal diese geistige Verbindung diese Wertschätzung auch die der Redner seinem Publikum seiner Zuhörerschaft entgegen bringt also nicht nur als ein Widerstand zu begreifen sondern tatsächlich als Menschen auch zu begreifen sondern also nicht als ein Objekt behandelt sondern dass man an seine Urteilsfreiheit appelliert sich auf argumentieren einzulassen setzt voraus dass eine geistige Gemeinschaft gestiftet wird die während ihres Zusammenhalts Gewaltanwendung ausschließt also da sozusagen auch noch mal man muss man auch überlegen die beiden waren im Widerstand die haben den zweiten Weltkrieg die Besetzung Belgiens durch die Nationalsozialisten miterlebt und dann arbeiten sie in den 50er Jahren im Grunde auch an so einer Theorie der Rhetorik die auch sozusagen Gewalt ausschließen soll das ist natürlich auch ein alter Gründungsmythos der Rhetorik wenn man an Cicero's De Inventione denkt und das Eignungskapitel wo es ja genau darum geht Rhetorik als Kulturstifterin als Stifterung auch von Frieden und von Freiheit dann auch weil die rhetorische Kommunikation eben tatsächlich zustimmungsbedürftig ist das ist eben nochmal dieser Kerngedanke dieser Rhetoriktheorie der Redner kann quasi nur erheischen die Zustimmung seiner Zuhörer er kann sie aber nicht erzwingen er kann nur sozusagen argumentatives Angebot machen was dann möglich gut passt was möglich gut sozusagen zwischen Redner und Zuhörerschaft sozusagen matcht aber er kann es nicht mit Gewalt und unter Einschränkung der Freiheit sozusagen bewerkstelligen das ist nochmal ein ganz wichtiger Gedanke Rhetorik und Freiheit tatsächlich und das ist finde ich ein Gedanke aufgrund eben dieser Idee der Zustimmung und der Zustimmung der Einrichtung von Argumenten mit Blick auf ihre Zustimmungsfähigkeit die Idee der Freiheit wird hier nochmal theoretisch bin ich deutlich überzeugender begründet als in Theorien tatsächlich der Persuasion die ja doch dann die Zuhörer oft ein bisschen sozusagen als was Passives auch modellieren gut damit sind wir für heute am Ende doch ein bisschen länger wieder geworden aber wie gesagt 820 Seiten und das war jetzt wirklich nur ein Auszug daraus in paar Felder ich glaube es lohnt sich mit dieser Theorie sich auseinanderzusetzen auch heute noch sie war extrem einflussreich und die den Einfluss der Theorie von Perlmann und Olbrecht Züttega den konnte ich ja gar nicht wirklich hier auch ihnen zeigen er spielt zum Beispiel also diese Theorie spielt eine Rolle unter anderem in einer der großen ja argumentationstheoretischen Richtung heute die wir haben der informellen Logik der informal Logic etwa von Christopher Tyndale und anderen die nehmen tatsächlich auch diese Idee des Publikums ganz stark wahr und diese Idee der Zustimmungsfähigkeit das heißt das Buch ist jetzt wie alt 70 Jahre etwa aber es lohnt sich tatsächlich 80 Jahre 70 aber es lohnt sich tatsächlich immer noch das denke ich zu lesen das ist noch aktuell tatsächlich und wie gesagt ich würde mit dem kürzeren mal anfangen aber es ist etwas was denke ich schon mal jeder Rhetorikstudierende also wer sich mal für Argumentationsanalyse interessiert hat da auch einfach einen Schatz an Kategorien mit denen man Argumentation sozusagen benennen in Kästchen setzen kann gut damit bin ich für heute fertig so oder so nächste Woche geht es dann weiter wir gehen dann in die 60er Jahre bleiben im Frankophonen Bereich aber wechseln von Brüssel nach Paris zu Ronald Barth und seinem Aufsatz die Rhetorik des Bildes also es geht um visuelle Rhetorik und Bildrhetorik für heute sage ich Tschüss bleiben Sie gesund wie immer Impfung kommt ja jetzt und bis zum nächsten Mal wenn sie eine zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal